willkommen liebe Clasher bei mir im Thorsten Akatute beim klaren True Warriors ja bevor ich überhaupt anfange möchte ich mich bei folgendem menschen für diese netten kommentare bedanken ich blende das hier mal ein also vom Clash Royale wie heißt er eigentlich ein star Max also es gibt auch ein Clash Royale YouTube Max hier vielen lieben Dank für deinen tollen Kommentar also Mann was bist du hässlich das kann ich ja noch durchgehen lassen denn niemand kann sich malen niemand will dich mag ja sein aber geh sterben alter Mann das ist nicht nett Max ich sie mal zu was ich für dich tun kann und nochmals vielen lieben Dank für diesen schönen Kommentar an diesem schönen beschissenen Tag ja warum beschissen ja klar wir haben unseren letzten CK hier richtig krass verloren und ich muss sagen der Tag von mir war sowieso schon versaut ohne Ende dann kommt noch dieser Blödmanns Kommentar hier von Max und was mich ein bisschen ja eigentlich stehe ich über den Dingen aber so ein bisschen wurmt ein das ganze ja dann an der Stelle ja doch und dann kommt dann kommt noch dazu ich will das mal eben einblenden dass man sich über meine Angriffe lustig macht ich meine ich kann es auch verstehen aber ich kann es auch nicht verstehen denn ich habe mich hier mit den Wut zaubern an meinem Handy absolut vergriffen mag ja sein aber trotzdem muss man mich da nicht stundenlang mit aufziehen wie das hier dann einige getan haben und irgendwann hat es bin ich irgendwie durchgedreht dann am Abend und habe hier die Hälfte des Clans entlassen habe also viele viele rausgeworfen die mir sowieso auf den Sack gingen die nichts machen hier kein Piep wollen sich sagen also bis hier sah es ja noch gut aus mit dem AG aber dann habe ich hier hinten zwei Wut irgendwie verhauen an meinem Handy und hatte jetzt in der Mitte nur noch ein Heilzauber ja der reicht natürlich nicht für so eine Base hier schade auch aber trotzdem war ich ziemlich angenervt an diesem Abend dann habe ich hier die Hälfte des Clans rausgeschmissen und natürlich tut mir das am Ende immer leid also der Wahn ist kurz die Reue ist lang so heißt es ja auch immer sehr sehr schön und nichtsdestotrotz also wirklich schlecht verkackt hier brauchen wir uns gar nicht mehr weiter angucken und ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen ist halt so gewesen jetzt und ja was soll ich dazu sagen es tut mir leid Clan wenn der Hocke mich hier dann auch raus schmeißt dann ist das absolut sein gutes Recht und da wäre ich sogar völlig d'accord mit da könnte ich super ja natürlich nicht super mit leben aber er hätte nicht ganz unrecht das ist jetzt schon mein erster zweiter Ausraster oder so aber ich war wirklich super rastig an dem Abend und habe gedacht ey boah das gibt es überhaupt nicht hier jetzt scheiße scheiß auf alles ja und ja ich habe hier wie gesagt die Hälfte des Clans angekickt einige sind einfach wieder zurückgekommen ich war übrigens auch aus dem Clan raus bin dann wieder eingeladen worden und durfte mich wenigstens zu Wort melden was ich auch echt nett fand und ja dann habe ich so ein paar Sachen habe ich dann klären können aber wie gesagt nach wie vor dieser Tag war sowieso so ein Murks und da kam so alles auf einmal und ich habe gedacht das kann es alles nicht sein hier viele haben auch noch gar nicht gemerkt dass ich sie gekickt habe also wir haben schon einen ganzen Haufen inaktive hier gehabt ich habe auch gesagt ja ich habe jetzt zwar die Hälfte des Clans gekickt aber wenn wir mal ehrlich sind da war sowieso 75 Prozent von inaktiv machen hier nichts sagen hier nichts vor allen Dingen tragen hierzu nichts bei haben oftmals beide Helden machen keine CKs mit also mir völlig unverständlich dass dann hier so gebockt wird also so nach dem Motto ich mache trotzdem keine CKs mit also mir ging es so richtig mal an die Schraube hier und dann bin ich auch so richtig aus der Haut gefahren aber wie gesagt war eine unnötige Aktion einige sagen dann auch ja Toto bist schon über 50 da müsstest du eigentlich über den Dingen stehen hast Kinder als Familie ja sicher habe ich aber ist das ein Grund dass auch mal ein über 50 jähriger nicht voll aus sich rausfahren kann und mal so richtig ja weiß ich nicht so so richtig abkotzen kann sich ja ich will nicht sagen daneben benehmen kann aber ja halt mal sein Frust rauslassen sein Ärger rauslassen und und so weiter naja egal also der Clan hier der uns hier so hart geschlagen hatte Hut ab herzlichen Glückwunsch zu 400 CK singen also wir haben es nicht geschafft den Clan aufzuhalten denn der hat es genauso gemacht wie wir uns das eigentlich wünschen so muss man es ja sagen denn er ist taktisch sehr sehr gut vorgegangen unten die 9er waren überhaupt kein Thema und im oberen Bereich haben hier wirklich die RH10 unsere RH11 oftmals gezweisternd so muss man sagen auch wenn der 1 0 Angriff auch mal daneben ging vom Gegner das gehörte auch dazu aber die Elfer waren wirklich wirklich stark und haben unsere Zehner hier ja recht dominant gedreiert und das hat hier den Sieg ausgemacht also waren es die guten Bases die die Kollegen hatten also das denke ich mal spricht auch aus der Erfahrung der vielen vielen CKs die die schon gemacht haben und ich denke mal dann die Stärke der Elfer hier gegenüber unseren Zehnern und unsere Zehner haben es dann halt natürlich nicht so wirklich kompensieren können dort so ein bisschen was aufzuholen und auch im neuner Bereich haben wir uns ein bisschen schwer getan also wirklich Hut ab hier vom Clan wie heißt eigentlich Lazaref AC kommen aus ich glaube sie kommen aus Syrien oder Libyen ich schaue jetzt gleich noch mal nach und die haben es einfach verdient muss man so sagen haben hier wirklich einen guten taktisch richtig guten CK gespielt und ich hoffe dass ich hier da auch irgendwie so auf den Weg hinkommen ist sicherlich ein langer Weg denn die Kollegen haben weit über mehr als 100 CK Angriffe mehr als wir gewonnen und ja ich will jetzt auch mal eben nachschauen aus welchem Land sie kam sie kommen aus Serbien okay aus Serbien aber wirklich wirklich gut also wir hatten hier dem nicht wirklich viel entgegenzusetzen die Bases waren baugschwer hier für die Zehner auf RH11 mal so zwei Sterne zu holen das war schon richtig schwer das ist uns zwar auch gelungen an der einen oder anderen Stelle aber das war einfach zu wenig was wir zu machen es ist einfach so und ja diese Misere da mit meiner Geschichte kam dann noch dazu was mich so ein bisschen ja es hat mich ein bisschen angekotzt muss ich sagen dieser blöde Kommentar dann auch noch das über ihn auf Instagram war das übrigens bringt mich eigentlich nicht zur Weißglut aber ich frage mich dann immer Mensch was sollen das was soll denn das ja ist der Frust da draußen in der Welt so groß dass man anderen Leuten so eine Scheiße am Kopf schlagen muss ich weiß nicht vielleicht sollte der derjenige mal selber überlegen denn vermutlich könnte ich sein Vater sein vom Alter her was er vielleicht seinem alten mal an Kopf wirft ja oder vielleicht weiß sein Vater das gar nicht dass er hier Leute so arg beleidigt meine Kinder wissen dass ja manchmal auch die haben labern auch viel scheiße die labern auch viel Mist die schreiben viel scheiße und ich muss dann auch ich muss auch da immer wieder sagen Kinder erinnert euch mal daran erinnert euch daran was wir euch lehren wie es eigentlich na ich will nicht sagen richtig ist zu agieren aber denkt mal drüber nach wie gut ihr es habt und wie nicht so gut es andere in eurem in eure Welt haben so muss ich mal sagen und das verkennen auch meine Kinder sehr sehr häufig ja dass dass sie es eigentlich viel zu gut haben und hacken da auf Sachen rum wo die überhaupt keinen Plan von haben muss ich sagen und das finde ich dann an der Stelle auch immer ich will ich will nicht sagen ein bisschen traurig aber da denke ich auch immer meine Herren die müssen doch mal ihren Kopf einschalten und mal so ein bisschen wach werden hier kann man nur so ein Blödsinn schreiben auch wenn es darum geht Krisen vergangene Kriege die NS Zeit und 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 das raffen die alle gar nicht das raffen die nicht ja so so muss ich mal sagen und wenn ich dann manchmal mitkriege was die beiden hier so von sich geben dann sage ich immer nur eins eine Woche Internetsperre ja und um mal wieder so ein bisschen zur Gesündung zu bekommen und dann annehme ich auch ich sage googelt mal nicht nach irgendwelchen Minecraft Sachen im Google oder im YouTube sondern googelt mal eure Sachen die ihr immer so so schlau hinterfragt oder oder wo ihr euch drüber lustig macht ja macht das mal macht macht das mal googelt mal nach Sachen wo ihr keine Ahnung von habt wo ihr nur scheiße labert aber wo ihr eigentlich überhaupt null Plan von habt und da macht ihr das auch aber ich schweife hier heute mal ganz vom eigentlichen Thema Clash of Clans ab ich hoffe das stört euch jetzt nicht so ganz ihr seht ja hier die ck kämpfe im Hintergrund auch von mir mal nicht so stark kommentiert aber das ging mir wirklich mal richtig an die Glatze hier auch wenn ich keine habe ich habe zwar viele graue Haare und viele dunkle Haare noch aber trotzdem geht gar nicht echt nicht das hat mich abgenervt und ich denke mal auch meine beiden haben das so ein bisschen nicht zu spüren bekommen ich habe ja mal gesagt wir sind ganz ganz tolerante Eltern aber was zu weit geht geht dann auch zu weit und was unter die Gürtellinie geht das geht mir sowieso ganz ganz schwer auf den Sack da ich glaube das habt ihr so aus meinen Kommentaren aus meinen Livestreams und aus meinen Videos kennengelernt ich bin sehr ich will nicht sagen konservativ aber ich bin ja wie soll ich sagen ich bin ja in einer Zeit groß geworden da haben wir hier vor allen Dingen in unserem Land viele viele andere Rassen Klassen ins Land bekommen und so bin nicht aufgewachsen deswegen habe ich auch total viele Freunde in dem in dem Umfeld und ja ich bin einfach mit mit wach geworden und deswegen kann ich es auch nicht verstehen dass dort so rüber so rüber abgelästert wird oder darüber geschimpft wird versetzt euch mal immer in die Lage der anderen und dann fällt euer Urteil ja dann sieht das unter Umständen ganz ganz anders aus und deswegen könnt ihr euch nach wie vor auf mich verlassen ich bin ganz ganz tolerant bin ja ich will nicht sagen ausländerfreundlich aber ich bin ich sehe immer das gute im Menschen weil ich weiß nicht ob es wirklich das schlechte gibt das schlechte gibt es sicherlich auch aber ich bin wie gesagt in einer Zeit groß geworden wo halt ganz viele Ausländer zu uns nach Deutschland kamen und das sind dann ja letztendlich sind es ja Mitmenschen sowieso egal von welcher Rasse oder Klasse oder Herkunft das ist mir ist das sowas von Latte ich habe ihr müsst euch mal überlegen ich arbeite ja auch in einem italienischen Unternehmen und was meint ihr wie viele Rassen und Klassen und andere Leute wieder sind ja also da musst du einfach tolerant sein in dieser Welt und ich hoffe ihr seid das auch ich hoffe ihr seid mir da so ein bisschen d'accord mit ich habe heute mal so ein bisschen auf den FF geplaudert und ihr seht ich bin weiter in True Warriors man hat mich noch nicht rausgeschmissen die Wogen glätten sich wieder und ich würde sagen wir sehen uns morgen in einem weiteren Video mit mir dem Thorsten Bye Bye